Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Weißt du was? Ich denke, in jedem Leben kommt der Moment, an dem man sich von seinen bösen Dämonen lösen muss. Das habe ich in einem Head gelesen. Und das stimmt auch. Weißt du was? Leck mich doch einfach an meinem illoyalen Arsch. Leider kannst du dir nicht selbst Dämonen verbieten. Deshalb sag ich's dir jetzt einfach mal. Halt doch einfach mal dein Gottverdammt beschissenes Drecksmau, ja? Was? You know what I mean. I mean the crazy stupid things you think you should do when you're young. Like bro? But if someone asked me to do it again, I'd be like, no way. I don't know what you mean. Thinking about Amalu and me and where we're going. Not going. He's great with kids. He is a kid. Yes. Mann! 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 Das war's. Das war's. Das war's.